Luca Henni und Christina sind aus den Flitterwochen zurück. Nun sehnt sich die 33-Jährige nach mehr Action. Nur stilles Wasser sein mein Leben lang? Nein danke. Christina Henni, 33, früher Luft, macht auf Instagram eine klare Ansage. Kaum aus den Luxus-Flitterwochen mit Gatte Luca Henni, 28, zurück, sehnt sich die Profi-Tänzerin offenbar nach mehr Action. Die 33-Jährige weiter. Ich brauche Sturm, Wellen und Tiefe. Das Feuer, das mich und meine Leidenschaft am Leben hält. Zu diesen deutlichen Worten posiert Christina im knappen Barthoutfit. Ihre Fans sind begeistert von so viel Offenherzigkeit. Der Playboy sollte mal anfragen, schreibt einer augenzwinkernd. Ein weiterer meint knapp. Wunderhübsch. Luca Henni und die deutsche Tänzerin lernten sich 2020 bei Let's Dance kennen. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und leben im Berner Oberland.